Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man diesen Sonnenaufgang mit den dramatischen Wolken verbessern kann. Also das war tatsächlich eine Zufallsaufnahme und zwar als ich morgens im Urlaub auf den Balkon trat, hatte ich dieses Panorama. Es sah in Wirklichkeit viel schöner aus als hier auf dem Foto, denn hinter dem Berg war alles so orange glühend, total lebendig. Was man hier auch nur noch ansatzweise sieht, es gab ihm einige dunkle Wolken, die aber sehr wohl auch rötlich angestrahlt worden sind. Das habe ich schnell mal fotografiert, es kam leider nur das hier dabei heraus und deshalb zeige ich euch, wie man versuchen kann, den tatsächlichen Lichtzustand wieder herzustellen. Also ich habe ja auf den Himmel belichtet, um die ganzen Wolken retten zu können später, das hatte ich schon im Kopf. Damit sind natürlich automatisch die Berge, die alle noch im Schatten liegen, die sehr dunkel. Also im ersten Schritt werde ich die ein klein bisschen aufhellen. Mir geht es nicht darum, die wirklich richtig hell zu machen, aber so sind sie mir ein bisschen zu dunkel. Dafür gibt es einen Live-Filter und zwar Schatten und Lichter. Die Lichter möchte ich hier nicht verändern, aber die Schatten. Ich ziehe den mal beiseite, um zu zeigen, was hier passiert. Das sieht jetzt ja relativ schwarz aus. Es ist aber nicht schwarz, es ist einfach nur recht dunkel und deshalb kann man es auch wieder ein bisschen aufhellen. Also ich gehe jetzt mal bis zu diesem Wert hier. Denn wie gesagt, so richtig hoch will ich gar nicht rangehen. So und jetzt möchte ich mich eigentlich nur noch um den Himmel kümmern. Da ich ja nur den Himmel verändern möchte, möchte ich jetzt eine Auswahl des Himmels erstellen. Dazu nehme ich hier das Auswahlwerkzeug. Also ich muss natürlich das richtige anwählen und dann sollte er eigentlich die Grenzen hier auch finden. Immer nur ein Stück weiter. Hier hat er ein Stück zu viel jetzt ausgewählt. Darum werde ich mich aber gleich kümmern. Zeige ich mal. Also grundsätzlich haben wir jetzt eine Auswahl des Himmels, die auch grundsätzlich gar nicht schlecht ist, mit Ausnahme von diesem Bereich. Also mache ich den Pinsel ein bisschen kleiner, gehe hier rein und drücke Optionen oder beim Windows Rechner Alt und klicke dann hier rein und dann zieht er das wieder von der Auswahl ab. Und damit bin ich dann eigentlich schon zufrieden. Was man noch machen kann, wenn man ja jetzt eine harte Auswahl hat, wo man den Übergang ein bisschen weicher haben möchte, kann man auf Auswahl verfeinern gehen und die Randschärfe ein klein bisschen anpassen. Also das hängt dann natürlich von der Auflösung eures Fotos ab. Ich habe hier eine 24 Megapixel Kamera, also ich nehme hier mal zwei Pixel. Die Ausgabe ist eine Auswahl und anwenden. Und da ich jetzt diese Auswahl erstellt habe, werden sich Veränderungen auch nur auf diese Auswahl auswirken und nicht auf die Berge. Also grundsätzlich kann ich mal darauf hinweisen, dass ich ein Tutorial gemacht habe, verschiedene Möglichkeiten, wie man den Himmel verbessert. Da finden sich diese Anwendungsschritte jetzt im Prinzip auch wieder. Nur, dass das hier recht komplex ist und hier mehrere Möglichkeiten aus diesem Video zusammengenommen werden. Also das Erste, da kommt man vielleicht nicht unmittelbar drauf. Ich werde eine Tonwertkorrektur nehmen, denn hier in dem Himmel steckt eigentlich unglaublich viel Dynamik, wovon gerade einiges verschenkt wird. Also ich mache mal eine Anpassungsebene Tonwertkorrektur. Und nun geht man ja normalerweise so vor. Man sieht ja, man hat hier noch am Schwarzpunkt hat man noch ein bisschen Raum und am Weißpunkt hat man auch noch Raum. Also jetzt geht man ja normalerweise so vor, dass man bis an diese Kanten hier so rangeht. Das mache ich jetzt mal. Und damit sieht man, hat man das jetzt auch deutlich verbessert. Was mir ganz gut gefällt, ist das hier, es wird zwar heller, aber jetzt sieht es schon mehr so aus, wie es war, nach diesem Glühen. Nur, dass jetzt die Farbe jetzt nicht so drin ist, aber darum kümmern wir uns auch noch. Ich kann ja hier mal ein Vorher-Nachher zeigen und finde, dass es schon deutlich besser ist. So, jetzt geht es ja insgesamt um die Morgenröte, die hier relativ abhanden gekommen ist. Die kann man auf schnellem Wege mal mit dem Weißabgleich probieren, die wieder ein bisschen zurück zu bekommen. Ich mache mal eine Anpassungsebene Weißabgleich und ziehe also aus dem Kalten etwas ins Warme. Und da würde mir dieser Wert hier 7% in dem Fall schon reichen. Auch hier ein Vorher-Nachher. Warum habe ich den Wert nicht höher genommen? Weil eigentlich haben wir ja immer noch nicht so viel Orange, weil ich nicht alles ins Orange verschieben wollte. Ich möchte aber dieses Orange, was ich ja hier noch so habe, vereinzelt, das möchte ich jetzt noch verstärken. Wie gesagt, aus meiner Erinnerung, wie es eben auch war. Dazu nehme ich jetzt eine Anpassungsebene, Hue Saturation Luminance, nehme die Pipette und wähle jetzt mal direkt die Farbe aus, indem ich dann auf diese Farbe gehe. Wir werden mal hier drauf achten, wie sich jetzt dieser Farbregler gleich verschiebt. Da wir jetzt genau die Farbe haben, die wir ein bisschen stärker machen wollen, kann ich jetzt mit der Sättigung hochgehen. So, man muss aufpassen, ich gehe mal zu weit, dann sieht man, was passiert. Die Farben werden also ganz seltsam. Und jetzt ist es dann eine Geschmacksfrage, wie dramatisch, wie stark man es haben will. Also ich würde mal bis hierhin gehen. Aus meiner Erinnerung war es ein total leuchtender, oranger Schein hinter dem Berg. Auch hier kann ich mal ein Vorher-Nachher zeigen. Da hat sich doch einiges getan. Was hier noch gut passen würde, wäre jetzt der Kontrast, um die dunklen Wolken, die dann hier nochmal ganz dunkle Bereiche haben, von den helleren Wolken, wie hier, mehr abzuheben. Und da kann man es sich ganz leicht machen. Wir haben immer noch den Himmel ausgewählt. Da kann man es sich ganz leicht machen und nimmt einfach die Helligkeit und Kontrast eben. Man könnte hier anders vorgehen, aber in dem Fall funktioniert es eigentlich ganz gut, bin ich der Meinung. Wir ziehen jetzt mal den Kontrast hoch und gucken auch, dass es eine Geschmacksfrage ist. Also wenn man zu doll hochgeht, dann gucken wir mal, was mit den Ecken passiert. Dann erscheint hier wie so eine Wignettierung. Also dann verschieben sich so ein bisschen die Farben. So, mal gucken, was mit dem Rest des Bildes passiert. Dem Rest des Bildes bin ich eigentlich hier so ganz zufrieden. Nur hier oben ist es mir zu dunkel, das werde ich mich gleich dann noch drum kümmern. Aber hier lasse ich mal diesen Wert. Aber hier oben ist es mir jetzt doch zu dunkel. Da jede Anpassungsebene automatisch auch eine Maske ist, können wir das allerdings rausmaskieren. Dazu nehme ich mir einen Pinsel, Farbe Schwarz, ist hier unten schon eingestellt. Gehe mal mit der Deckkraft deutlich runter und mache immer so kleine vorsichtige Klicks auf die Stellen, die mir jetzt zu dunkel sind. So, und das genügt mir dann auch schon. Auch hier kann ich mal ein Vorher-Nachher zeigen. Und bin der Meinung, der Himmel hat sich deutlich verbessert. Ich habe also aufgepasst, dass dieser Bereich hier nicht zu sehr ausbrennt. So, jetzt ist der Himmel allerdings ein bisschen unstimmig von dem Licht her zu den Bergen. Also ich wähle jetzt diese Auswahl mal ab mit Command und D, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und stattdessen mache ich einen Screenshot und mache jetzt mal Dodge and Burn. Mir geht es also darum, die schneebedeckten Berge etwas aufzuhellen, nicht diesen Vordergrund. Mir geht es nur um diesen Schnee hier, wo ja eigentlich, wenn man reinzoomt, Schattierungen drin sind, die jetzt, und auch ein bisschen leuchten, die jetzt nur nicht mehr so richtig dargestellt werden. Und darum möchte ich mich jetzt kümmern. Dazu nehme ich das Abwählwerkzeug. Habe eine Deckkraft von 20%. Nehme als Tonwertbereich die Lichter. Und dann kann ich jetzt hier rüber malen. Also zum einen möchte ich hier auf diesem Berg den Schnee etwas mehr zum Leuchten bringen. Da ich die Lichter ausgewählt habe, man könnte jetzt eigentlich nämlich auch die Zwischentöne auswählen. Denn genau genommen sind es ja gar keine Lichter mehr. Ich mache es aber deshalb, wenn ich die Lichter auswähle, dann orientiert er sich auch mehr an den Lichtern. Und das bedeutet, dass hier der Felsen auch wirklich dunkel bleibt. Wenn ich also jetzt hier rüberfahre, dann wird er sich tatsächlich nur um den Schnee kümmern und den Schnee ein bisschen auffällen. Bei solchen Sachen gehe ich in der Regel wirklich mit einer verringerten Deckkraft dran, damit man sich das Bild nicht zu sehr versaut. Ich nehme an, viele von euch sehen jetzt auf Anhieb gar keine Veränderung. Und deshalb werde ich mal zeigen, dass es sehr wohl schon eine Veränderung gibt. Und wie ich finde zum Positiven, der Schnee leuchtet schon so ein bisschen hier durch. So, und das mache ich jetzt eben auch mit dem anderen Berg. Dazu könnte ich ja durchaus nochmal die Auswahl laden, damit ich hier, wenn ich drüberkomme. Und zwar gehe ich dazu auf eine Maske, wo ja im Prinzip eine Auswahl drin steckt. Gleichzeitig die Command-Taste, während ich raufklicke. Nun habe ich aber ja die Auswahl des Himmels. Wie man sieht, wenn ich hier rübergehe, in der Vorschau vom Pinsel sieht man, dass es jetzt hier heller wird. Und dass jetzt hier nichts mehr passiert. Also kehre ich die Auswahl um. Es geht hier oben. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt passiert hier nichts mehr. Das habe ich jetzt geschützt. Aber hier passiert jetzt was. Das finde ich jetzt ganz sinnvoll. Da braucht man hier nicht so aufpassen. Also zum einen möchte ich den schneebedeckten Berg insgesamt ein bisschen heller machen. So, im ersten Schritt gehe ich also mit diesem 20% Pinsel überall ein bisschen rüber. So, das habe ich jetzt schon mal verändert. Und zum zweiten möchte ich jetzt aber ein bisschen Struktur reinbringen. Denn wir haben ja hier einen Bergkamm. Das heißt, dahinter ist es dunkler als hier oben, wie man sieht. Und das möchte ich auch entsprechend so nachzeichnen. Nur eben ein bisschen verstärken. Also dazu muss der Pinsel ganz besonders weich sein. Vielleicht sogar mit noch geringer Deckkraft. Ich gehe jetzt mal nur mit 10%. Dann sieht man auf Anhieb natürlich weniger. Aber auch hier sieht man schon was. So, jetzt muss man gucken, wie das Licht eigentlich kommen würde. Also wo das einen Sinn macht. Damit kann man sich eine ganze Weile beschäftigen. Das macht mir persönlich total Spaß. Bis man dann das Ergebnis hat, mit dem man zufrieden ist. Also ich würde hier sonst hier noch ein bisschen weitermachen. Möchte euch also nur zeigen, dass wir hier eine ganze Menge erreicht haben. Ich wähle die Auswahl mal ab und zeige mal, was wir an diesem Bild bisher verändert haben. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich. So sind wir gestartet. Und das ist draus geworden. Und das entspricht eher dem Eindruck, wie ich ihn morgens auf dem Balkon hatte. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack